Die Digitalisierung sehe ich als große Chance für die Kommunikationsbranche und vor allem für die Unternehmenskommunikation. Denn neben dem klassischen Weg über den Redakteur und dem Corporate Publishing, bietet die digitale Welt eine Vielzahl zusätzlicher Plattformen, auf denen wir Themen platzieren und mit Zielgruppen direkt in Kontakt treten können. Für uns PRler bedeutet das, dass wir zu Allroundern werden, die nicht länger in Kanälen, sondern in Themen und Stories denken. Interne und externe Kommunikation, Print und Digital, Online und Offline verschmelzen. Und die Schlüsselfrage lautet, wie kann ich ein Thema für unterschiedliche Kanäle und Zielgruppen passend und interessant aufbereiten und dabei gleichzeitig konsistente Botschaften senden. Mit der Digitalisierung haben sich aber auch die verfügbaren Informationsquellen und Inhalte vervielfacht. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr große Herausforderung, denn wir müssen Aufmerksamkeit für unsere Themen schaffen. Und damit das gelingt, müssen nicht nur Timing, Ansprache und Aufbereitung stimmen, sondern wir müssen gute Geschichten erzählen, von Produkt zur Story kommen, Raum für Identifikation bieten und über den eigenen Tellerrand schauen. Das ist online, nicht anders als offline. Das ist online.